Lügen haben kurze Beine Nach der Bekanntgabe des Wechsels von Sifio Heinevetter bezichtigt der Nationaltorwart Früchse-Manager und DHB-Wisse Bob Hanning der Lüge. Auch seine Promifreundin Simone Tomala mischt mit. Im Zuge des Wechsels von Handball-Nation Alkeeper Sifio Heinevetter von den Früchsen Berlin zur MT-Melsungen im Sommer 2020 ist ein offener Streit ausgebrochen. Heinevetter beschuldigt Früchse-Manager Bob Hanning, nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Selbst ein vorzeitiger Bruch im Sommer ist nicht mehr ausgeschlossen. Wir werden ab sofort den Torhütermarkt sondieren, sagte Hanning dem Zitt. Auch Hannevetters Lebensgefährtin Simone Tomala hatte sich eingeschaltet. Die TV-Schauspielerin postete bei Instagram ein Bild, auf dem ein kleines Männchen mit dem Hinweis zu sehen ist, Lügen haben kurze Beine. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Manchmal braucht man halt zehn Jahre um zu verstehen, schrieb die 54-Jährige dazu. Wie wird es Post on Instagram? Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Manchmal braucht man halt zehn Jahre um zu verstehen. Raute konstruktiv und ehrlich. Sagt er. Raute Handball, Raute Fairplay, Raute Füchse, Raute immer bei der Wahrheit bleiben, Raute Hanswurst. Raute falsches Spiel. Heinevetter fühlt sich falsch wiedergegeben. Trotz wochenlanger Bemühungen seinerseits um ein Gespräch habe ihm Hanning zu verstehen gegeben, dass es für ihn kein unterschriftsreifes Angebot der Füchse geben werde. Jetzt behauptet er im Nachhinein das Gegenteil, sagte Heinevetter der Bild. Der Keeper erklärte, der Klubchef habe ihm sogar nahegelegt, bereits im Sommer gegen eine Ablösesumme zu wechseln. Hanning reagierte gefasst. Zum Post von Tomala sagte er, auf Spielerfrauenposts reagiere ich grundsätzlich nicht, auf diesem Niveau spiele ich nicht, weil sie mich da um Längen schlägt. Hanning erklärte, dass Vertragsgeschichten grundsätzlich nicht in die Öffentlichkeit gehörten, aber nun zwingt er mich dazu. Fakt ist, Silvio ist unser teuerster Spieler, seine Leistungen in den vergangenen anderthalb Jahren waren durchwachsen und wir sind nicht so zufrieden, wie man es von einem Weltklasse-Torhüter erwarten darf. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team